Und vom Training zu Hause ist sie jetzt wieder zurück an der Oper. Schönen guten Abend, Rebecca Horn. Hallo. Also es wird wieder in der Oper trainiert. Seit wann? Ich glaube, jetzt sind es knapp zwei Wochen. Und das ist wirklich toll, dass wir wieder die großen Räumlichkeiten haben, dass es nicht mehr nur das Sofa zum Anhalten oder die Sprossenwand und auf wirklich minimalsten Raum, weil selten hat man so ein großes Wohnzimmer, dass man dann auch wirklich ein Balletttraining dort absolvieren kann. Also es tut schon gut, wieder in der Oper zu sein. Aber trotzdem in kleinen Gruppen wird trainiert und nicht geprobt, oder? Es ist so, dass in kleinen Gruppen trainiert wird, um diverse Sicherheitsbestimmungen auch wirklich erfüllen zu können. Und wir brauchen auch einen Mindestabstand an der Stange, wenn wir Stangentraining haben. Da ist wirklich zwei Meter zwischen den Tänzern. Und dementsprechend sind wir dann wenige Leute in einem Training und haben acht Trainingsgruppen. Und dann sind wir auch gar nicht alle an einem Tag in der Oper zum Trainieren, weil sich das gar nicht ausgeht von der Zeit. Spricht dich noch jemand auf deine Kinderstarzeit an? Ich werde immer wieder noch angesprochen. Und ich muss sagen, mittlerweile finde ich das auch wieder ganz schön. Aber es ist doch auch so, dass, wenn ich jetzt angesprochen werde, dass auch immer mehr und mehr die Frage kommt, sind sie nicht die Tänzerin? Großes Thema in den vergangenen Wochen, Black Lives Matter. Inwieweit engagierst du dich da? Ich habe bei einer Online-Kampagne mitgemacht, Hashtag Unhate Human. Und ich muss sagen, ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt geworden. Es läuft auch noch immer weiter, wo prominente Menschen sich einfach erzählen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihnen schon passiert ist. Was ist dir denn passiert? Ja, ich muss sagen, meine Hautfarbe ist immer wieder ein Thema. Und vor allem in der harten Ballettwelt mit dem riesigen Konkurrenzkampf jeden Tag ist das etwas, das teilweise nicht akzeptiert werden möchte, dass dunkelhäutige Tänzer im klassischen Ballett zu sehen sind. Und das ist natürlich sehr traurig und trifft mich sehr, wenn ich dann solche Sachen höre. Und ja, da habe ich einfach gefunden, es ist wichtig, auch meine Stimme dazu zu erheben. Ist das Thema auch mit der älteren Tochter? Nein, das ist Gott sei Dank überhaupt kein Thema. Die wächst in so einem Umfeld auf, wo das kein Thema ist und niemals thematisiert wurde bis jetzt. Und das finde ich super schön. Weil es nicht notwendig war. Weil es nicht notwendig war. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass sie solche Erfahrungen nie machen muss. Du bist Solotänzerin, zweifache Mutter und warst Kinderstar. Was hat die meiste Kraft gekostet oder kostet die meiste Kraft? Ich kann das überhaupt nicht vergleichen, weil eben so unterschiedlich und alles so schön, dass ich denke auch eigentlich nicht darüber nach, wie anstrengend etwas ist. Weil ich glaube, dann würde ich gleich im Bett liegen bleiben. Ich glaube, dann wäre ich ganz schwer zu motivieren, wenn ich mir überlege, oh ja, ist das anstrengend. Ich meine, natürlich gibt es Tage, es ist leichter, Tage ist schwieriger, aber so geht es eh allen, glaube ich. Und ich bin froh, dass ich alle Erfahrungen machen durfte und machen darf. Und auf jeden Fall hast du, glaube ich, genug Energie für alles. Ich danke dir vielmals für den Besuch im Wien-Heute-Studio. Danke. Danke. Danke.